hallo und willkommen zu unserem neuen video ich bin schon wieder beim essen der martin erzählt euch wo es hingeht stellen wir da wie die teamsoldaten wo geht es denn hin heilberg plessenberg genau bergauf wir haben den gemacht vor drei jahren so war es ja ewig lang her ist ein cooler trail aber es sollte auch trocken sein also nass ist ja nicht so gut jetzt müssen wir hoffen weil es wirklich trocken ja mc drive mit dem radel mit windes abstand geht es ja 2 meter 80 höh halten wir auch perfekt kommt kaum hören die kinder dass die kamera angeschaltet schon geht es los ihr seht wettermäßig haben wir heute nicht ganz so viel glück aber solange wir trocken runter kommen würden wäre es geil weil es nicht ganz so drückend heiß ist oder wir sind immer so weich bei uns langsam in tirol dieses corona virus weiß noch ob es in anderen ländern auch so herrscht bei uns das frist eine hirnmasse und wenn wir uns jetzt abgeben mit ralf ein botschädel da haben sie viel von hier auf das nicht zum glück und da haben wir 8 kilowatt mit oben hin und ja so viel rufen haben wir jetzt gemacht dann kommt die nächste rampe ja italien vor der haustür man kriegt immer das davon was man nicht haben wir jetzt so ein tiramisu wäre mir lieber gewesen er zieht sich doch ganz schön rauf und im hintergrund sieht man nach die verschneiten berge sind das dann richtung zillertal ja die da ja die da ja aber das sieht man nicht nein ein bisschen was oder jetzt schon war heute nicht so schön gewesen nein das stimmt wir haben ja den nächsten 3000 da schon in planung und da werden jetzt immer die zillertal abgeführt und da haben wir jetzt schon überlegt was wir machen sollten aber heute war es eigentlich so schön heute war es eigentlich so schön nein man kann auch nicht aber man weiß es nicht dann werden wir ja noch dürfen na schauen wir erstmal hier rauf oder heute ist hast du ich meine jetzt hat man da Wasser drauf jetzt ist ein Widerstand das Wetter immer wieder ein bisschen die Sonne echt eigenartig und voll der Wind und komm mal es ist April vollkommen richtig ja wow ja so ist kraft da so einer hochzüge wie so eine Gmade bei nein bei nein weit aber schön rauf da dreht da eine rauf mit mir nichts dir nicht gesehen was sagst du? ach weil das ist so schlecht ja die Petra hat heute nicht frühstückt da kennt sie sich einmal die Petra in voller Pracht aufschauen die Socken sind schon gekriegt wegen der Aerodynamik der Blick wird es nicht wie es kann Buckel wird es da sein das tun wir die Rohre sowieso gern wegen einem Jammern das hat sie auch schon gelernt ja so geht es uns zu und wir zwei stehen da wie ein Lach wie ein Lach wie ein Lach gelacht ja aber bald auch nicht mehr sind wir bei der letzten Alm wo man noch fahren kann ja bist du auch noch gefahren? ja passt du schaust bei der Wicke aus ist die auch gefahren? ja sagst ich bin auch gefahren ich habe nicht gefahren ich habe auch so einen Schutzschuh wo ich das teil darf ob da ist jetzt so bei der Tour bis dahin kommen wir radeln die Almen liegen auf über 1500 und da muss ich jetzt noch 200 Höhenmeter tragen also mir gefällt die voll gut weil hier oben hat man echt einen mega Ausblick wenn es ja und auch schön vom Wald angeht genau vom Wetter her passt im Sommer ist die Tour eher heiß und trocken genug geht es auch genug Wasser mitnehmen bei den Almen ist zwar da vorne trock aber nicht unbedingt dass er hier läuft und bei der Jochenalm hinten gibt es auch nicht immer Wasser aber nur wenn es halt Leute herum sind und das ist auch nicht fix also von denen her ja die Trail ist einer von den ergiebigsten Winter was wir so in der Nachricht haben aber auch einer von den heftigsten also der hat gescheite Schlüsselstellen drinnen so bei Rockfaces und so Geschichten und er lässt nicht aus also es ist kein Trail, der dann zum Schluss sagt locker-jocker da sind die Bremsen auf der Higa jetzt also da muss bis zum Schluss bis nach ein paar Heuche wirklich oben bleiben oder die Sechze nehmen ja wir bauen uns einen Huckabey Kaffee ja oben ist zwei Sekunden erledigt ah das ist gewaltig gewaltig die Petra Bruch 100 das weiß noch die macht es auf die alte Schiene erzähl ja ich leg es auf den Rucksack sie legt es auf den Rucksack genau da hinten so quer drauf geht auch bei normalen Sachen geht es eigentlich ohne den wo es dann echt cool ist das Hookerbike ist wenn man dann halt mehr steigen muss wo das ganze halt wirklich marschieren anfängt weil da rutscht es mir normal noch ja meine Augen tränen das ist das ist nicht weil ich so sentimental gerade wäre sondern einfach Bollen und Wind die Leute jetzt halt wirklich ja lachst du mich aus? ha sicher lachst du mich aus das ist das Herberg die Klar in die Klar Flasche haben sie das Gift jetzt ist es auf einmal groß wieder dann geht es auch zum Schieben dann geht es noch ja da ist noch ein Raufen aber wir haben schon einen Buckle wegen der Hookerbecken aber bis jetzt geht es noch ganz cool was hast du gefunden? ich habe einen Zweck Specht Brrrr ja gellina aha krass das ist ja ganz gut gearbeitet das ist ja das ist ja gut ja ja geht immer nur zum Schirm ja die suchen da ja nach ähm Würmern schaut mal hier wie wenn der Bickhut unterwegs gewesen wäre lauter Stufen für uns echt geil jetzt macht es auf einmal auf hier Schlesenberg Kienberg Joche und er steht da wie der König der Lünen da kommt auch schon die Wicke die filmt auch für Instagram übrigens ja hm wo geht es denn jetzt eigentlich hin wo geht es denn jetzt hin wo geht es denn jetzt hin ja wo geht es denn jetzt hin nach Rom nach Rom alle Wege führen nach Rom ja cool damit wir es jetzt merken für die Saison die Wicke Fokuss hin geht jetzt sag ich nach Rom cool ich vermute es wenn der Weg einmal aufhört der Weg bei Rom ich will noch nie in Rom willst du immer rum noch nie in Rom nein über mein Mann wir sind oben zumindest da wo es heute hingeht für uns weil der Rest ist noch voller Schnee genau sie haben mir einen Mittelweg gesucht wo am wenigsten Schnee liegt den höchsten Punkt außer außer sondieren und sind jetzt da zwischen Kienberg Heiberg Blessenberg Land auf den Käpfchen echt cool super Sache super trocken kein Wind da unten war es wirklich windig ja da geht es jetzt echt gut total nett und die Petra schwenkt euch dann einmal 360 Grad und 60 das Dürfige was mich auch sehe und vorne am Grad wo man dann hin kommt ähm da sieht man richtig cool ist hinter da kann man von Heiberg und Blessenberg auch sehen ja das wäre geil fünf Meter Schnee ist halt leider nicht ja letzte Woche haben wir doch wohin Hundsalm Jochum haben wir das gespielt? nein schade das konnten wir auch noch nicht machen Hundsalm Jochum war der Nackst war eh richtig cool und ist auch total ausgesetzt so richtig geil zum Fangen gewesen da hast du den kleinen Mittag ja da habe ich meinen kleinen Mittag und irgendwann das dann zu viel fotografiert haben stimmt Fotos haben wir gemacht ja müssen wir noch mal machen weil ich muss ja noch ich war noch nicht stimmt das war echt geil guck mal ich mach ne so jetzt wollen wir was essen und ich mach den Panoramaschwingen dann lass einmal 3,6 grad um an den Kollegen dann sind wir in Zunwendjoch so da sind wir jetzt Richtung Tiersee ich tue die auftechen dann mehrere Sekunden Zunwendjoch gar nicht wahr und Valsberg da sieht man nicht mehr das ist totaler Blödsinn ähm dann da drüben was war das dann Zunterköpfel Zunterköpfel wenn man hinten raus ist dann ist man schon trotzdem R-läufig schau ein bisschen was aus da sind jetzt das sind jetzt da hinten das ist ja ganz da hinten das ist ja ganz da hinten was man noch so ein bisschen weht hinter dem Jupp ist ja ganz weht das ist ja ganz weht Flessenberg Bölfensalb Rixenbleich jetzt sitzen wir hier jetzt pass auf da hinten das Horn also hinter der Salbe Horn dann die hohe Salbe dann hier die zwei Kuppel wo wir eigentlich hätten drauf wollen und da noch ein bisschen die Reste von der Vilschenau Reit im Alper Zillachstall Zillachstall genau und dann geht es da in den Tal in Richtung Innsbruck und hier drüben genau der Rofan ein Bike Unfall die es gibt ja wäre aber schön zum Bike auch schön aber da wollen sie uns nicht haben Nordkorea ist das zu geholt und hier ist jetzt unser Jausenglötzl super für den Winter super für den Winter ja da hast du jausen viel mit hast du jausen viel mit du hast du meinen Aufschluss du hast meinen Aufschluss den Aufschluss den Aufschluss habe ich nicht aber jausen hast du jausen viel mit ich habe jausen mit ich habe jausen mit ich habe jausen mit wir haben ein paar Meter an dass die Scheiben heiß sind da haben wir schauen naja startbildest die ersten das sind die ersten startbildschupeins in Tirol naja so jetzt gehts auf jetzt wird gehe aus nicht Kasswurst und pflegtes Brot du hast ja nicht schon auf den Quaden weil eigentlich der Wurst gibt es ja vollwertige Mahlzeit magst du nicht einmal niederhocken da hupfst du mir dumm da willst du nicht Weil der Scherb sitzt, den müssen wir uns alle anpassen. Ja, überhaupt nicht. Ja, der, der als erstes sitzt, hat immer ein bisschen mehr Glück. So, und hier sehen wir jetzt auch die andere Seite vom Inntal. Da hinten Bad Hering, Wörgel, nochmal die Salbe. Und dann hier eben Möselalm, Eisstein und Kragenjoch. Und drunter dann Kunl. Den großen Rettenstein sieht man. Ja, aber nicht mehr auf dem Video. Wie immer. Na ja, gut, den großen Rettenstein wird man sehen, das stimmt. Das ist der da hinten. Tschu, großer Rettenstein. Tschu, großer Rettenstein. Can't wait, knowing that our love is wasted. Yeah, wasted. We're running blind and we don't know why. Wasn't really what we had in mind. We're running a wild, only losing time. Yeah, we're left here without love. We're out of time and passed away. Ich denke, ich habe die Abflüge, die ich nicht gesehen habe. Musik Was ist das? Was ist das? Ja! Hi! Ah, das ist das! Ja, ja, ja Lost in the end Out of time again Out of time again Lost in the end We're out of time Again Lost in the end Und Was ist das? Hugh Hил Ja, ja, das ist wieder so. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Glaubst du das gleiche? Ich focused nur auf dem Weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Da oben waren wir heute. Jetzt sind wir gerade noch mit dem Radl durch den McDrive durchgefahren, weil mehr hat ja noch nicht oft. 1,6 Kaffee. Das ist so geil, mit 6 Wochen den ersten Kaffee wieder. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Früher hat man da hergehen können und drin stehen. Das kann man sich vielleicht noch innen. Da ist man in eine Hausseile gegangen, weil man keinen Kaffee stehen kann. Das gibt es für uns nicht mehr in die Ruhe. Jetzt haben wir McDrive Mineralen gefunden. Zwei Neukran und nur einen Kaffee. Ja, und das funktioniert gut. Ja, ich habe ein bisschen größerer Ausbau, den bei mir gibt es. Happy Meal mit Nuggets und zwei Cheeseburgs. Wow. Ja, ansonsten hoffen wir, dass es auch gefallen hat. Ja. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Ist ein cooler Trail. Echt cool. Er soll aber trocken sein. Wir haben Nasse jetzt auch mal gehabt. Da sind schon Wörter dazwischen. Also da ist es dann eh ein bisschen mehr kleinig. Und schreibt uns gerne noch was in die Kommentare. Da freuen wir uns wirklich immer sehr. Ja. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich mit Martins 3000er Projekt. Genau. Der zweite dann für die Saison schon. Wo es nicht einmal mehr ist. Aber wir müssen uns ein bisschen was machen in uns in Tirol. Und ja. Moment, das ist ganz gut. Und da oben sind wir so wie Ralfa Bojil auf die 3000er auf die Gletscher. Ja. Das haben sie so nicht erwischt. Ja, die wandern immer weg wahrscheinlich. Sobald Tirol wahrscheinlich zugepflastert ist mit Ralfa Bojil. Dann sind wir schon wieder getragen. Ralfa Bojil. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.